Aufgrund der aktuellen Corona-Krise machen sich unglaublich viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit und neben den gesundheitlichen Sorgen kommen jetzt auch noch finanzielle Sorgen hinzu. Mein Name ist Davo Bagaric, ich bin der Versicherungscoach und ich möchte in dieser Ausnahmesituation gerne informieren und unterstützen, wie ihr hoffentlich unbeschadet durch diese Krise kommt. Die finanzielle Sorge ist natürlich berechtigt, weil viele große Firmen, viele Konzerne haben aktuell ihre Pforten geschlossen. Die Produktion wurde eingestellt. Das Ganze führt zu Kurzarbeit, zu Zwangsurlaub, zu unbezahltem Urlaub bis hin zu betriebsbedingten Kündigungen. All diese Maßnahmen, die notwendig sind, reißen aber ein ziemlich großes Loch in die Haushaltskasse. Und dieses muss auf anderer Seite wieder gefüllt werden. In der Vergangenheit haben die meisten jedoch ihr Geld, ihr Vermögen in Immobilien investiert oder auch am Aktienmarkt. Beide Varianten bieten aktuell keine Möglichkeit, schnell an Geld zu kommen. Der Aktienmarkt ist aufgrund der Krise ziemlich eingebrochen. Das heißt, ich habe zunächst erstmal einen virtuellen Verlust. Wie auch in den Krisen, die wir aus den vergangenen Jahren kennen, wird sich nach der Corona-Pandemie der Aktienmarkt wieder erholen. Bloß, wenn ich mein Geld jetzt realisiere, dann realisiere ich auch wirklich meinen Verlust. Das führt dazu, dass einige von euch, die vielleicht noch eine Lebensversicherung haben, mit dem Gedanken spielen, ihren Versicherungsschutz aufzugeben, ihre Altersvorsorge und dieses Geld zu mobilisieren. Bloß, ihr hattet ursprünglich einen Grund, warum ihr euch für eine Altersvorsorge entschieden habt. Und wenn ihr das Problem aktuell löst, habt ihr immer noch das Problem in der Zukunft. Dabei müsst ihr eins beachten, einige haben noch einen alten Vertrag, der steuerfrei ist, einen hohen Garantiezins hat und solch einen Vertrag bekommt ihr heute nicht nochmal wieder. Die Lebensversicherung bietet eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, die den wenigsten bekannt ist und darüber möchten wir hier und jetzt informieren. Das ist das sogenannte Policendarlehen. Eine Möglichkeit, sehr schnell, kostengünstig und flexibel an Geld zu kommen. Policendarlehen könnt ihr beantragen in Höhe des Guthabens, dem sogenannten Rückkaufswert. Das heißt, ihr schreibt eure Gesellschaft an, ganz unabhängig davon, bei welcher Gesellschaft die Lebensversicherung besteht. Das zählt für alle. Und lasst euch beispielsweise 10.000 Euro ausbezahlen. Für diese 10.000 Euro zahlt ihr eine Gebühr, einen Zins. Der ist je nach Gesellschaft zwischen 4 und 5 Prozent. Ich nehme jetzt mal unsere Gesellschaft als Beispiel. Wir sind aktuell bei 4,6 Prozent. Das heißt, 10.000 Euro sind 460 Euro Gebühr im Jahr. Das macht im Monat circa 38 Euro. Für eine Monatsgebühr von 38 Euro bekomme ich ziemlich schnell, ohne Schufa, ohne Prüfung, sofort innerhalb einer Woche 10.000 Euro und kann mich über die aktuelle Situation retten. Wenn die Situation hoffentlich und die Krise schnell und bald überstanden ist, habt ihr die Möglichkeit, dieses Geld wieder zurückzubezahlen. Entweder in einem Betrag oder ratierlich. Ihr seid hier völlig flexibel. Und ihr habt euren Versicherungsschutz nicht gefährdet, nicht aufgegeben und könnt den Vertrag entsprechend aufrechterhalten. Falls ihr nicht die Möglichkeit habt, den Betrag zurückzubezahlen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, diesen Betrag aus der Polizei herausrechnen zu lassen und behaltet trotzdem weiterhin euren Versicherungsschutz, eure Altersvorsorge. Den meisten ist, wie gesagt, diese Möglichkeit gar nicht bekannt. Deswegen meine große Bitte an euch. Teilt diesen Beitrag, damit möglichst viele Millionen Deutsche, die eine Lebensversicherung haben, über diese Möglichkeit informiert werden, weil gesundheitliche Ängste, finanzielle Ängste, das Ganze führt zu Stress, Stress wiederum zu Krankheiten. Und es ist eine Möglichkeit, die aktuelle finanzielle Notlage zu überstehen. Wir werden hier unten nochmal einen Link einfügen und werden entsprechend nochmal ein Dokument aufbereiten, wo wir nochmal über das Thema informieren. Des Weiteren hinterlege ich hier meine E-Mail-Adresse, ich hinterlege meine WhatsApp-Nummer. Kommt bitte per Nachricht auf uns zu. Wir werden euch sehr, sehr gern unterstützen und euch auch offene Fragen beantworten. Und es spielt überhaupt keine Rolle, bei welcher Gesellschaft ihr eine Lebensversicherung habt. Wir möchten in dieser Ausnahmesituation absolut alle unterstützen. Deswegen nochmal, es spielt keine Rolle, wo ihr die Lebensversicherung habt. Ihr könnt gern auf uns zukommen. Wir werden euch Fragen beantworten und euch gern unterstützen, denn alle Gesellschaften bieten diese Möglichkeit. Ihr könnt auch den Kanal abonnieren, weil wir werden jetzt in den nächsten Tagen weitere Themen, weitere Möglichkeiten posten, um einfach in dieser Zeit möglichst viele Menschen zu unterstützen. Bleibt gesund, euer Davor Bagaric. Bis auf bald. Noch ein wichtiger Zusatz zu meinem Beitrag. Dieser Zusatz betrifft alle Freiberufler, Selbstständigen und Unternehmer. Bitte das Policendarlehen nicht für Unternehmenszwecke verwenden, weil dadurch, dass ihr das dann fürs Unternehmen verwendet, macht ihr die Lebensversicherung wieder steuerschädlich. Also verwendet es gern für private Zwecke, aber bitte nicht fürs Unternehmen. Amen.